Hi, ich bin Heike Schmid, bin 16 Jahre alt und ich mache seit dem September hier ein FSJ im Pflegeheim im Bürgerheim in Biberach. Und genau, ich bin hier einfach auf einer Wohngruppe eingesetzt und helfe da jeden Tag, bis wir den Bewohner in ihrem Alltag. Also während dem FSJ hat man 25 Seminartage, wo man mit anderen Jugendlichen zusammenkommt, die auch ein FSJ machen. Und macht coole Ausflüge, coole Aktivitäten und das macht wirklich Spaß und hier im Bürgerheim hat man auch wirklich ein nettes Team, wo es Spaß macht mit den Leuten zusammen zu arbeiten und wo jeder jeden unterstützt und das ist hier wirklich gut. Also man muss auf jeden Fall hilfsbereit sein, engagiert, also wirklich verstandene Leute auch zum helfen und offen sein, viel mit den Reden kommunizieren können. Und ja, auf jeden Fall einfach Freude daran habe an der Arbeit. Also wenn dir das jetzt gefallen hat, was ich gerade erzählt habe über das FSJ hier, weil es macht wirklich Spaß hier zum Arbeiten, dann bewirbt ihr auf jeden Fall für FSJ. Und wir würdet uns darüber wirklich freuen. Ciao. Ciao.